so leute hier ist wieder wilding sunny und sweet nappy und mal wieder wie gewöhnlich mit den lappen hey ich hab auch gefühle sicher in den ost ficken hier sollte ganze magazin daneben und ich bin tot alter er ist tot aber noch assist bekommen wie das ist bekommen bei mir noch nicht mit dieser ist herumlaufen die ganze zeit zielt ich bin auf dem dach ist überhaupt wer war da gerade christian da hinten hast gesehen er hat abgesnippt der sniper die sind alle auf dem dach darum drauf hier also sniper typ mal da laufen da das weiß ein ganzer haufen drei stück oder vier stück waren das gerade ich versuche da gerade hinzugehen langsam langsam aber sicher und ich bin tot achtung ich entledige mich den leuten oder ich hab schon drei kills also ich bin drei mal gestorben die runde das mal super für mich sehr gut gemacht ich bin immer stolz auf mich wo ist ein tank wo ist ein tank und was ist ein tank ein tank sicher ein tank getan oder wie der sniper type die ganze zeit den abbaute kann ich nicht auf den titan springen das war scheiße du willst ein titan bespringen das ist ein tank ich hab den voll in den arsch getreten und zieh dir erst mal fünf meter hoch und platzt da wieder auf den boden aber wo ist denn der snipper oh keine scheiße kein wunder dass ich keinen treffe wenn ich gegen einen baum schieße ich hätte meine 80er karte benutzen sollen dann hätte ich meinen titan standard gehabt jetzt lol da kommt der titan an und trampelt mich erstmal voll nieder ich geh jetzt auch in meinen rein kannst auf meine schulter wenn du willst ich war das auch wenn ich keine punkte dafür bekommen habe ich tricke einfach mal ganz kurz so aus spart auf der taste und tötet dabei zwei leute die hat mich nicht getötet aber ich hab ein bisschen schaden bekommen ja ich bin tot scheiße hm lutsch ich hab den snipper ausgeschaltet ich hab den snipper ausgeschaltet sauber ich hab den snipper oben drauf ja sehr gut da vorne ist noch ein titan boah boah ich hab grad eingekehrt also ja ich bin drauf hier abgesprungen komm schon drauf halten ist kaputt wie die hier alle auf den häusern rum verdammt gammeln scheiß kloos scheiße den typski daniel alter ich hab den doch zuerst getroffen guck mal daniel ich hab ein geschenk für dich hui was für ein geschenk voll geil ne ja 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 alter die müssen gleich abhauen die oder wir rising stell mal deine auf eurem automatik die ganze zeit scheiße mein titan hat auch gefühle oh geil ich kann auch spawnen gut alter dieser typ gilt nicht grad zum achten mal oder so naja so vieler geht es auch wieder nicht ich hab den titan zerstört und dann gestorben ich hab den titan zerstört und dann gestorben alter alter wir haben verloren nein doch doch 3 kills weniger wir waren doch eben noch in führung ja wir haben 3 kills verloren alter zu dem punkt komme ich ja nie ja auch nie deswegen stelle ich jetzt noch im tank alter das sind titans das ist kein panzer ne du meinst du kein benzintank ne du meinst du kein benzintank man weiß nie was vor dir steht weg alter im ernst 11 sekunden schaff ich das nicht da hoch bin drin yes versuch's noch ich bin oh ja oh nein nein wahl aber ich hab's grad noch geschafft Daniel hast du das gesehen alter Daniel hast du das gesagte sehen in den letzten sekunden noch reinsprungen alter du bist da voll durch die tür durchgepackt Nein, durch die Luke, die hat sich bei mir schon geschlossen. Das geht noch viel schlimmer. Ich bin mal einmal unter das Ding durch. Das Teil ist schon abgehoben, ich bin noch mit dem Doppelsprung da rangekommen. Ich bin dem Fass auf das Teil draufgesprungen, ne? Was? Ich bin dem Fass auf das Teil draufgesprungen. Noch eine Runde, dann muss ich weg. Jo, das Wasser wieder runter und tschüss.